was passiert mit zwölf stufen technik die gleichen zwölf neutralen interessenten aber ein verkäufer der lächelt weil er weiß nicht jeder interessent bekommt die gleiche präsentation weil er weiß ich muss erst mal schauen wo welche kaufknöpfe existieren und wenn ja welchen einfluss die haben auf die kaufentscheidung deshalb werde ich bevor ich präsentiere jeden interessenten ergründen und mir per wlan die kaufanleitung die entscheidungsbetriebsanleitung eines jeden einzelnen kunden auf mein gehirn downloaden dann kann ich beurteilen wem ich es wie verkaufe oder präsentiere das hat zur folge dass ich logischerweise und zwar nicht weil du jetzt so wunderbar als gesamtkunstwerk in erscheinung getreten bist sondern weil der logische effekt auf kundenseite der ist dass er jetzt feststellt boah du hast die lösung du erinnerst dich weil du mich gedanklich durch meine sehnsüchte durch meine bedürfnisse geführt hast kommen auch viel mehr kunden zu dem entschluss das werde ich gleich noch feststellen ja ich nehme das wenn sie es mir genau so präsentieren schließlich bekomme ich eine präsentation die genau meine kaufstrategie bedient und nicht der allgemeinheit das bedeutet wir des qualifizieren drei bleiben sieben übrig sieben sagen ja weil sie gemäß dieses modells nichts anderes erkennen können außer ein logisches jahr nicht weil du es herbei manipuliert hast das ist deren jahr sie spüren das auch da ist auch nichts erschwindelt und ertrickst das jahr kommt aus tiefster inneren seele und wir erinnern uns das sind die zwei in schwarz markierten pfeile von sieben die sagen jawohl dann buche ich den staubsauger das coaching jawohl dann kaufe ich mir einen staubsauger jawohl dann schließen wir den vertrag gibt es erfahrungsgemäß ja gibt es auch immer einen teil der anschließend doch nicht kauft weil er a einflüssen seiner 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 peer group also seiner engen vertrauten sozialen gruppe ausgesetzt ist oder weil er b keine eierart nein zu sagen genau so könnte man sagen oder c weil er dich belügen möchte denn wenn er jetzt offen sagen würde nein peter herr schmidt wir beauftragen sie nicht wir wollten nur mal gucken gerät er nämlich in die gefahr dass du sagst okay dann wenn sie nur gucken wollen dann mache ich meine bücher zu und gehe zum gucken sind wir nicht hier ich möchte zumindest wissen ob ich erfolg habe weil meine zeit ist knapp das würde den kunden nicht gefallen weil er braucht ein angebot vielleicht weil er erst mal vergleichen möchte vielleicht weil er dich nur aus ausboten möchte vielleicht weil ihm langweilig ist vielleicht weil eine andere entscheidung die schon längst getroffen ist damit rechtfertigen möchte weil er in deinem angebot fehler finden möchte er oder vielleicht weil er einen vorgesetzten hat dem er eine akte vorlegen muss die muss er jetzt befüllen mit deinem papier damit er auf der sicheren seite ist und da gibt es tausend gründe warum ich dich brauche und weil kunden nicht dämlich sind und das genau wissen belügen dich auch einige kunden sagen dir ganz rotzfrech na klar buchen wir sie dann logisch können sich darauf verlassen darauf gebe ich gar nichts ich verhalte mich nur dann entsprechend logisch und gehe logischerweise in den abschluss und mache keinen hehl daraus weil ich ihnen seinem jahr festnagel ja was natürlich manchmal dazu führt dass ich einen lügner erst in letzter sekunde identifizieren aber nur aufgrund meines logischen anschließenden konkreten abschlussverhaltens so davon ausgegangen sind es fünf treffer wir haben eine 71,42 abschlussquote in erfolgsquote weil mit diesem diesen und diesem interessenten wird es nur bei einem kurzen ergründungstelefonat bleiben kein termin keine präsentation kein aufmaß keine berechnung keine recherche keine teststellung einverstanden kein telefonat aus qualifiziert aus disqualifiziert keine probe stunde keine probefahrt nix die sieben bleiben übrig zwei die anschließend noch kneifen 71,42 prozent weil ich gehe nur von den echten vollständigen verkaufsprozessen aus die wirklich mühe machen die ziehe ich heran um eine abschlussquote zu ermitteln weil wenn ich jetzt jeder der am telefon ist den in die abschlussquote einfließen ließe wäre ich bei einer abschlussquote nicht von 90 prozent sondern auch noch in ordnung bei 50 prozent aber vielen verkäufern würde es wirklich schlecht werden weil sie nur noch bei zwei prozent legen ja oder bei 0,1 prozent abschlussquote fühlt sich nicht gut an ja okay so dann habe ich eine effizienzsteigerung von 257,10 prozent okay das müssen wir jetzt nicht weiter ausschmücken aber nach diesem modell ja ergeben sich solche dramatischen verbesserungen weil jeder kunde nur die präsentation bekommt die seine selektive wahrnehmung auf ein höchstmaß steigern weil ich nur das präsentiere was die kaufknöpfe betätigt oder bedient alles andere wird von mir unterdrückt